hey leute was gedacht von damals herzlich willkommen zu diesem neuen brawl stars video vielleicht wisst ihr noch aus meinem letzten video da habe ich mit brocken ein bisschen gespielt und habe halt einfach zwei victories gemacht und einen zweiten platz könnt ihr oben rechts beim e-mail abchecken ja es war einfach so nice und deswegen probiere ich das jetzt gleich noch mal das video wird nämlich im anschluss aufgenommen weil ich jetzt einfach irgendwie bock drauf habe mit brock zu gewinnen ich weiß nicht warum aber ich möchte gerne so wir machen es noch mal jetzt wieder gewinnen ist er zu nice aber wir wir denken einfach nicht dass wir gewinnen wir 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 werden jetzt vierter self-call vierte ok first box das hat eine blöde position weil da von zwei seiten teams kommen aber ja und wir haben uns ein paar verloren die terras tot und der gold ist auch raus das erste team ist raus das heißt wir sind schon vierter das heißt wir müssten jetzt sofort sterben um vierter zu werden soll die mit hast tot mein mate muss muss unten ja gut okay wir haben vier power cubes ist auch schon ein guter anfang ich hätte gerne die pipe aber werden wir nicht bekommen weil die wird dann wahrscheinlich jumpen ich weiß auch wo sie chillt da drin sie ist genug sie rennen auf jeden fall weg wo ich an der stelle auch machen weil die wissen ganz genau dass ich nicht amen kann so wer ist dann werden wir schon dritter ist das kein minus mehr kann auf jeden fall mitnehmen das hier tot und meine power gibt's und oh mein gott da oben liegen noch mehr shit hole die oh mein gott 8 9 power cubes 9 ich habe nur angst vor dem daryl dass er mich ultert 9 power cubes oh mein gott das ist richtig viel schilder da drin ich hätte gern einmal die tanks zuerst raus ja bevor wir drüben auf die etwas stärker hingehen der daryl chillt noch irgendwo da müssen wir aufpassen dass man mate ok er puste mich dann ist er tot 11 power cubes oh mein gott ist das schon wieder ein victory nee oder niemals doch oh mein gott schon wieder ein victory was ist heute los mit mir plus 9 heiß war müssen weiterspielen bekommen wir block easy noch auf 500 heute steht ich muss heute auf jeden fall stream wieder mit dem poko weiß das so gut funktioniert gerade eben spielen wir halt noch mal mit ihm so erste kiste dass die zweite kiste oder gut wir brauchen den bau dritte kiste ich habe nur access dann tank chillt stellt aber keiner ich darf es nur nicht überheblich spielen das ist nicht immer so die gefahr wenn man mehrmals gewinnt spielt man gern mal überheblich aber mein aim ist halt schon wieder on point man kennt mich ok als ob ich auf einmal amen kann ich konnte nie amen und jetzt funktioniert heilige es habe jetzt ein mädchen respawn und ich habe ein disconnect nein dafür hasse ich mein internet jetzt komme ich wieder nicht mehr in das spiel rein okay wo ist das spiel als ob als wenn ich jetzt minus gemacht habe das wäre einfach so kacke nein bitte sagt nicht dass ich gerade minus gemacht habe wir machen es lange mal die box auf und schauen ob wir es gerade minus gemacht haben ich glaube wir haben minus drei gemacht oder nein niemals als ob und da haben wir es und wir sind tatsächlich vierter geworden haben minus vier trophäen gemacht wegen diesem scheiß internet alter minus vier trophäen also das ist doch so unfair jetzt müssen wir noch mal gewinnen aber das fakt mich als schon immer ab mit meinem internet dass wir dann wirklich immer minus machen das halt echt so kacke aber was hat mein mädchen da in dieser situation gerade gemacht ist ja irgendwie dann stehen geblieben oder was oder keine ahnung hat er sich töten lassen verstehe das dann auch nicht wie er dann verreckt ist mitte diesmal sehr riskant mitte zu riskant mitte ok er hat ihn ok jetzt aber mal cool und wir sind schon dritter meist war es läuft trotzdem gut aber trotzdem fragt mich das war mit dem internet so stark ab das hätte nicht passieren dürfen warum ist das internet vorhin einfach abgekackt so ich gehe mal auf close und irgendwelche tanks stellen dann müssten mich jetzt angreifen ja gut war kein tank dritter ja der bau ist tot und zweiter als ob wir jetzt schon wieder erster werden das kann mir ja keiner erzählen oder erster als ob man bloß 9 3 film ok leute eine runde machen wir noch weil dann hätten wir block auf 460 wenn wir noch mal zweiter werden das wäre ganz nice das probieren wir jetzt einfach ich hoffe einfach dass es funktioniert dass wir einfach zu nahe ist geht diesmal mit einem groß zusammen man schaut dass es wird da ist unsere first box zu üben bekämpfen sich schon ein paar da können wir auch mal mitmachen so haben wir auch ein kill das sollte das erste team sein ich bin ein bisschen ist eingekesselt von mehreren teams schauen wir mal dass wir die vielleicht töten können oder so okay jetzt noch die biblia drüben aber sie hat schon ab das heißt wir haben uns jetzt wieder ein bisschen gerettet kann man sagen da oben ist die andere oder wer ist nicht reingesprungen und trotzdem ane da kommt ihr mails denke ich mal okay team ist raus nein schade ok leute dann soll es das für heute gewesen sein ich wünsche noch einen schönen tag spielt nicht so viel brawl stars haut rein und tschüss